Hey Leute, neuer Tag, neues Glück, Pistolen am Brust, Selfmade ist wieder am Start. Survival Sensei Jonas. Wollen wir mal gucken, ob wir 15 Meter hinkriegen. Jetzt haben wir ein bisschen besseren Start und auch mit richtigem Band ausgemessen. Ist einfach noch professioneller, noch geiler, perfekter. Ich freue mich schon. Wow, ja, 15 Meter, hier. Da kann man es sehen. 15 Meter, mega geil. Endlich habe ich es geschafft. Neue Pfeile, neues Glück, neuer Stand und boom, da reingeschossen. Ja, wie geil ist das denn hier einfach voll mitten rein. Richtig cool. Ich freue mich und jetzt gehen die 20 Meter hoffentlich noch drauf. Ich möchte nämlich unbedingt noch auf 20 Meter und ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal 30 Meter schaffe. Das wäre so geil. Also lasst uns einfach mal weiter probieren. Ja, Bogensportfreunde, ich habe jetzt 20 Meter schon geschafft gehabt, da hinten hin zu schießen. Aber das ist scheinbar nicht auf der Kamera drauf, weil die ein bisschen gespackt hatte. Ist egal, ich wollte jetzt eh auf 30 Meter gehen. Lasst uns mal schauen, ob ich 30 Meter hinkriege. Hier ist das schöne DIY-Ding. 30 Meter. Oh, ich bin aber ein bisschen zu weit. Genau, hier sind 30 Meter. Ja gut, das bisschen. So, 30 Meter. Lass uns loslegen. Oh, mal schauen. Erster Schuss auf 30. Ich halte, glaube ich, richtig hoch an. Ich komme da noch mal nicht mal hin. Okay, Verlängerung. Irgendwie habe ich getroffen. Keine Ahnung. Ich habe da oben aufs Trampolin geschossen. Also gezielt, meine ich. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich glaube, ich habe ins Rote getroffen, unter den Weißen. Das ging jetzt links extrem daneben. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich jetzt getroffen habe. Wäre ja richtig geil. Dann würde ich ja voll ausrasten. So, ein bisschen weiter rechts rüber. An der Holzwand abgeprallt. Oh, das war schon der letzte. Lasst mal schauen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt überhaupt irgendwas getroffen habe. Aber Nein. Oder? Was? Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Das ist von 10 Metern. Das ist von 20 Metern. Und das ist von 30 Metern. Ey, wie kann denn das sein? So geil. Ey, mega legendär. Boom. Ich glaube, das wiederhole ich noch mal. Äh, ja. Also merkt euch das Schussbild hier. Ich wiederhole das einfach noch mal. Erster Versuch. 30 Meter. Einfach irgendwie so geschätzt hingehalten, getroffen. Wie geil ist das denn? Ey, wenn ich eine Steambo hätte, wäre das ja wahrscheinlich kein Glück, wenn ich das treffen würde. Aber mit den Dingen hier, was ich hier habe, ist das wirklich... Oh, geil, 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 geil. Oh, richtig geil. So, schauen wir einfach noch mal einen weiteren Versuch. Gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Und jetzt erst mal GoPro wieder aufsetzen. So, damit ihr auch was seht. Fünf Pfeile. Na, wunderbar. Fünf Pfeile. Bam. Los geht's. Oh, das war schon mal ein Fehlstart. Deshalb bin ich auch mal vorsichtig. Das ist ein Selfmade-Ding. Da muss man mega drauf aufpassen. Es ist, wie es ist. Sicherung noch drinne. Das ist auch doof. Rechts stark vorbei. An die Holzwand. Das sieht gut aus. Ich habe getroffen. Wie geil ist das denn? Oh, ein zweites Mal. Ich freue mich mega doll. Wie geil ist das denn? Leute, ich habe es jetzt drauf mit diesem Ding hier. Richtig, richtig, richtig schön. Ey. Wie geil ist das denn? Schon wieder ein Volltreffer. Boom. Das Ding kann doch mehr, als ich dachte. Ich dachte, das wäre ein richtiges Spielzeug. Aber damit kann ich doch ganz gut schießen. Ich will unbedingt eine Steambus-Dinger haben. Leute, bitte schickt das Steambus-Dinger. Nervt die ein bisschen, dass ich gewinne. Ich will unbedingt diesen Bogensport weiter voranbringen. Ich habe da mega Bock drauf. Schützenfallen hat sich früher gelohnt. Und ja, ich sage, gut Ziel. Macht's gut, Freunde des Bogensports. Bis dann. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, dem Video ein Like gebt, die Glocke drückt und seid richtig lieb zueinander. Haut rein. Bis dann. Tschüss.